hallo hier ist wieder mit xy einfach mit sie jetzt geht es weiter mit kreppmechanik survival teil 244 unser hänger hier mal abgestellt mein plan beim umbauen für nächstes mal die was hier ist hier an daran und den da oben du mal um eins verlängern eigentlich reicht ja zu wenn man das er umdrehen das reicht so eigentlich und es kommt ja hier unten dran wenn man das einfach nach da drüben umdrehen dürfte das ja nicht machen kommen konnte wir können immer noch in zur not ansetzen okay dann fahren wir mal schnell in die wüste ähnter nachteil ist wie viel benzin wir haben im moment 16 mal benzin haben wir noch es geht gut mit benzin hier unten ist aber ich will das gewicht so weit wie möglich unten haben wir dürfen dann müssen wir vergessen hänger wieder mitzunehmen so krii ich hab dich nicht gesehen Dich hab ich gesehen. Ein kleines Erkunde-Auto wär auch cool, ein kleines Buggy oder so, mit einer Kiste hinten drauf, Allrad, da komm, das schaffst du, Junge, das schaffst du, so ist das Öl, Ist das Öl? Kann das Öl schon sein, ja? Kann das Öl schon sein? Kann das Öl schon sein, ja? Sieht dunkler aus. Oh, oh. Der war mir nicht hochkommen. Ist das schon Öl? Kann das fast sein, na? So, hier oben hatten wir ja damals unser Base gehabt. Also, unser erster. Gute Farming Base. Die eigentlich gar keine Farming Base mehr war. Und das ist das Öl. Oh, nee, warte mir. Jetzt haben wir das drauf. Da ist das Öl. Und du hast da, ist was? ok gut wir können uns ja mal eine pumpe holen und pumpen haben aber nichts mehr da ok ist noch etwas anders hier oben wassermäßig oder ölmäßig mehr wüste haben in der nähe ich glaube nicht gehabt ab nach hause pumpe holen so auto mit einem hänger mitnehmen wir können einen hänger da stehen lassen der leckt zu hause nicht und wir lassen hänger da stehen ok wir brauchen eine pumpe eine kiste was brauchen wir noch einen schalter haben wir bei uns haben wir eigentlich alles das lachbuch haben wir auch ich weiß nicht was die straßen gemacht hat ich wollte jetzt umfahren ich gebe es zu leider war die kiste davor die waren die locker ich gehe mal hin ich gehe mal hin Okay. So, eingesammelt. So, eingesammelt. So, eingesammelt. So, eingesammelt. So, jetzt sind wir wieder gleich zu Hause. So, eingesammelt. Da leuchtet auch was. Oha, ein Arm. Lieber Arm ab als Kopf ab. Ein blöder Satz. So. Den haben wir auch. Ach, wir können das Holz ja mitnehmen, oder? Okay. So. 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 machen wir dann wenn wir da sind noch keine türen nichts eingebaut so was machen wir jetzt mit den köpfen hier haben wir noch mal eine pumpe hier haben wir eine pumpe wenn man noch mal eine pumpe kann noch einmal lampe mitnehmen dann kommt ein bisschen okay 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 das haben wir noch dabei das haben wir auch dabei was wird man jetzt noch mitnehmen man als einmales grüßen als einmales grüßen so hier die die dinge wollte man mitnehmen das ja auch mal meine gerade welche verarbeitet gehabt wir haben da von unten gerade was bekommen ich habe da unten was reingesetzt oder jeder moment drin mitnehmen ich finde schon leer die sind da leer die sind da leer die sind da leer und da daneben und ein wie Was are you going to do? Metallblock 1 brauchen wir. Ich weiß. Aber hat man nicht gerade was abgebaut gehabt? Wir hatten auch der Arma eingesammelt. Hä? Wir haben der Arma eingesammelt. Wir hatten der Arma eingesammelt gehabt. Die ging doch nicht hoch? Doch. Haben wir auch was anderes gebaut? Die Dinger waren da leer. Wir hatten Holz und Arme drin gehabt. Haben wir die Handbremse rein? So, wir hatten Holz und Arme drin gehabt. Eigentlich. Wo sind die jetzt hier hinten? Wird eine kleine Kiste mitnehmen? Die sollten eigentlich hierbleiben. Gut, dann tun wir mal die Endekiste ausräumen. Die ist mehr. So, dann müssen wir die Endekiste ausräumen. brauchen wir jetzt nicht eine pumpe müssen wir mitnehmen immer das haben wir auch holz haben wir mit das haben wir mit brauchen wir nicht dann nehmen wir als sehpumpen aber wir bräuchten noch was anderes wir probieren das mal aus haben wir jetzt alles wir haben zwei pumpen wir haben zwei pumpen das dass das so viele Leute haben wir drei pumpen bei einer pumpe brauchen wir nicht eigentlich normales glas braucht man noch das kann man mitnehmen das brauchen wir brauchen und ich mache erst mal schluss wir sehen uns dann beim nächsten mal für sie mit sie die Und...